Achtung, Achtung! Bitte hören Sie auf den Text der Musik und verknüpfen Sie ihn logisch mit den nachfolgenden Bildern. Es wird Ihnen helfen, die Szenenauswahl besser zu verstehen und mein Kunstwerk als Ganzes zu schätzen. Haben Sie vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Das war nun mal geile Aufnahmen, oder? Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier am Vereinsheim vom Oldenburger Yacht Club. Die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, sind in Frankreich entstanden an Himmelfahrt. Und zwar trifft sich der Oldenburger Yacht Club alle zwei Jahre mit Coq Cholet, das ist der französische Kanuverein in Cholet. Und wir haben da eben an Himmelfahrt viele schöne, echt geile Tage verbracht. Ich habe natürlich die besten Momente für euch gefilmt und da wird bald auf YouTube ein Zweiteiler zu sehen sein. Und zwar wird der erste Teil am 1. Juli hier auf YouTube veröffentlicht. Und der zweite Teil, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, das wird so 18. bis 20. Juli sein, denke ich mal. Bist du ein Kanu-Polo-Fan oder wohnst du in Oldenburg und willst mal Kanu-Polo spielen? Dann solltest du jetzt zuhören, denn die wichtigen Infos rund um Kanu-Polo und vor allem rund um das Oldenburger Kanu-Polo-Team kommen jetzt. Also in Sachen Kanu-Polo-Videos abonniert unseren Kanal. Jetzt sagt ihr, hä, Kanu-Polo-Videos? Ihr habt gar kein Kanu-Polo gesehen. Es sind noch viele in der Mache, die waren zum Beispiel auf dem Felsenbad-Turnier in Hannover mit dabei. Da werde ich vielleicht noch ein Video zu machen. Ich werde im August auf die Deutsche Meisterschaft nach Essen fahren. Vom Werdersee-Turnier in Bremen werde ich ein Video machen. Wir werden ein Training veröffentlichen, ein perfektes Training mit Warm-Machen, mit Einwerfübungen und allem drum und dran, Ausdauertraining. Es lohnt sich also auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren, denn ich habe immer wieder neue Ideen. Und dieser Kanal dient dazu, dass die Mannschaft an Popularität gewinnt und vor allem der Sport-Kanu-Polo. Und ihr solltet das unterstützen und jede Menge abonnieren, weiterempfehlen und abonnieren und bewerten. Ja, schön und gut, ne? Aber kann ich denen ja auch mitmachen? Wir trainieren sonntags um 15 Uhr und mittwochs um 18.30 Uhr hier auf der Runte am 8. League 1. Ja, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Das ist auf jeden Fall ein geiler Sport und wir brauchen auf jeden Fall noch Leute. Habt ihr das gehört? Die brauchen euch. Also nix wie hin da. Also, schöne Sommerferien euch. Nun guckt zwischendurch immer mal, wenn ihr gerade wieder aus dem Urlaub wiedergekommen seid, was für neue Videos da sind. Es lohnt sich. Peace. Ach und bevor ich es vergesse, hier ist nochmal unsere Homepage. Der Link steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Und hier kommt ihr jetzt zu unserem Kanal, den ihr, wie ihr auch zu Genüge gehört habt, abonnieren könnt. Tut nicht weh und kostet auch nix. Ja, und vielleicht sehen wir ja den ein oder anderen von euch beim Training. Wir würden uns sicher drüber freuen. Also bis dann hoffentlich. Tschüss. Und wir können uns über Ihren Stechern escolaern. Vielen Dank.